Was geht ab, mein Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, gestern gab es endlich das langersehnte dritte Match zwischen Alistair Overeem und Badr Hardy bei Glory. Heute möchte ich mal gemeinsam mit euch auf ein paar Highlights davon reagieren. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es wie immer erst einmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Achtung, bitte gut zu hören, ich kann euch leider diesmal nicht so viel von diesem Kampf zeigen. Ihr wisst, Copyright ist das ganze ewige Thema. Ich werde versuchen, ein paar interessante Highlights hervorzuheben, aber ansonsten wird es heute ein bisschen weniger Clips geben. Beide Fighter treffen hier zum dritten Mal aufeinander in der Mitte des Rings. Auf den ersten Blick, Badr Hardy sieht nicht ganz so fit aus wie Alistair Overeem. Also bei Alistair Overeem die Muskulatur, das sieht alles solide aus. Alistair Overeem sofort zu Beginn in den ersten 5 Sekunden mit einem wilden Angriff stürmt hier auf Badr Hardy zu und kassiert direkt eine rechte Hand. Immer noch brandgefährlich, also der Typ ist immer noch ein Knaller, ja. Von dem eine falsche Hand willst du dir einfach niemals einfangen, egal wie alt er ist. Der wird dich noch mit 60 ausknocken können, wenn er dich trifft. Alistair Overeem ganz seltsam, also irgendwie viel, viel wilder, viel, viel unkontrollierter als früher vom Kampfstil her. Der nimmt einfach seinen Kopf runter und schwingt hier gerade ein bisschen durch und hofft auf einen Treffer. Das ist sehr seltsam. Gute 1, 2. Badr Hardy versucht hier immer die Distanz zu kontrollieren und Alistair Overeem nicht auf ihn zustürmen zu lassen. Arbeitet hier auch ein paar Mal jetzt mit den Kicks. Erste Runde ist vorbei. Meiner Meinung nach die erste Runde auf jeden Fall. Der saubere Kampf ist von Badr Hardy geführt worden. Wir machen sofort in der zweiten Runde weiter. Uh, da gab es einen kleinen Kick, der recht tief aussah von Alistair Overeem in Richtung Badr Hardy. Könnte auch das Knie gewesen sein. Harte Hände von Badr Hardy. Alistair Overeem wackelt hier ein bisschen durch die Gegend. Was hat ihn da getroffen? Wow, der linke Haken. Richtig schöne Aktion. Badr Hardy geht rein, schlägt die rechte zum Körper und dann Alistair Overeem lässt die Deckung fallen und der knackt hier mit der linken direkt an das Kinn ran. Da ist Alistair Overeem ganz kurz am Wackeln gewesen. Ja, also jetzt wird es richtig interessant. In der zweiten Runde merkt man, wie das Tempo von den beiden gerade angezogen wird. Badr immer noch der deutlich technischere Fighter von beiden. Aber Alistair Overeem einfach diese Naturgewalt, ja. Er marschiert hier weiterhin auf Badr Hardy zu und sucht nach dieser einen Gelegenheit, wo er eine Barrage von Schlägen auf ihn losfeuern kann. Sehr gute Arbeit von Badr Hardy, muss man sagen. Er bearbeitet die Beine von Alistair Overeem mit den Low-Kicks und schlägt immer wieder harte Schlaghände hier mal wieder zum Körper von Alistair Overeem. Der will ihn müde machen, der will ihn langsam brechen. Aber Alistair Overeem immer noch brandgefährlich, hat ihn gerade hier fast ausgekontert. Gefährliche Overhand-Rechte von Alistair Overeem. Guter rechter Uppercut! Badr Hardy ist gerade mies am Wackeln. Durch die Mitte von unten durchgezogen, ja. Ist durch die Deckung von Badr Hardy gebrochen, hat ihn mies am Kinn erwischt. Aber Badr Hardy schafft es sich aus der zweiten Runde jetzt aus dieser gefährlichen Situation zu retten. Unglückliches Finish für ihn in der Runde. Er hat die ganze Runde dominiert, er war der aktivere, der bessere Fighter. Und dann am Ende kommt Alistair Overeem mit einer Overhand kurz reingekontert, erwischt ihn fast. Wenn die erwischt wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon eine gute Nacht gewesen. Aber statt dann irgendwie sich zu lösen, kommt er von unten noch mit dem Aufwärtshaken rein und erwischt ihn richtig gut am Kinn. Dritte und finale Runde, schönes Zeichen von Sportsgeist. Beide umarmen sich nochmal, bevor die Runde losgeht. Schön wieder der satte Körpertreffer mit dem Leberhaken hat er versucht, ihn da zu erwischen. Ist aber nicht punktgenau rangekommen. Und wieder ein harter Körperhaken, aber wurde direkt gekontert von Alistair Overeem mit der rechten zum Kopf. Badr Hardy steckt gerade ordentlich in Schwierigkeiten. Wird jetzt von Alistair Overeem eingedeckt mit mehreren Aktionen nonstop. Er schafft es gerade nicht mehr, Alistair Overeem von sich fernzuhalten. Und linker Haken kracht direkt an seinen Kinn, als er sich gerade am Wegdrehen war. Oh nein, er steht jetzt vor ihm und versucht mit ihm die Hände auszutauschen. Er sollte jetzt eigentlich aufs Fahrrad steigen und losdüsen. Einfach rennen, jetzt muss er wirklich anfangen zu joggen. Er ist stehend Knockout. Schafft er es nochmal aufzustehen? Atmet nochmal tief durch. Steht auf. Kämpferherz. Badr Hardy möchte diesen Kampf nicht so einfach beenden. Ist noch nicht raus aus dem Kampf. Hat Alistair Overeem selber mit einer harten rechten Hand gekontert und ihn gut angeklingelt hier, glaube ich. Junge schwingen die gerade hier durch. Und der Kampf ist vorbei. Das war deutlich intensiver, als ich es erwartet habe. Von der zweiten Runde an ging es los. Die erste Runde war recht ruhig. Zweite Runde ging ordentlich los. Aber die dritte, die war ja ein absolutes Highlight gerade. Der eine Punktrichter wertet 29,26. Wie 29,26 bedeutet? Pro Runde gibt es 10 Punkte, wenn du die gewonnen hast. Wenn er also denkt, dass Alistair Overeem alle drei Runden gewonnen hat, dann müsste es 30, theoretisch 30,27 sein. Außer er hat eine Runde als unentschieden gesehen, vielleicht zwischen den beiden. Dann hat er 9,9 gegeben. Dann ist es 29,27. Und zusätzlich dazu kann sein, dass er die letzte Runde vielleicht als 10,8 Runde gegeben hat. Weil er ihn mehrmals runtergeschickt hat. Ja, okay, hier wäre er dann bei 26. Bin ich absolut nicht einverstanden. Also ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie man alle drei Runden an Alistair Overeem geben kann. Die anderen Punkterichter haben gesagt, es ist 28,27, also recht knapp. Die letzte Runde hat den Kampf dann für sie entschieden mit diesen mehreren Niederschlägen. Und damit hat Alistair Overeem den Kampf gewonnen. Die dritte Runde ganz klar eine Runde für Alistair Overeem mit den Niederschlägen. Erste Runde meiner Meinung nach war eine Runde für Badr Hari. Zweite Runde war meiner Meinung nach auch die Runde für Badr Hari. Also theoretisch hast du halt hier zwei Runden, die Badr Hari gewonnen hat. Dann eine Runde, die Alistair Overeem gewonnen hat. Aber diese eine Runde hat er 10,8 gewonnen. Also irgendwie ist es eigentlich mehr in Richtung Unentschieden. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ey, da draußen gibt es andere Leute, die Experten sind, was das Punkten angeht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem Kampf in die Kommentare schreiben. Besonders was das Punkteurteil angeht. Ich bin nicht ganz so einseitig auf der Seite von Alistair Overeem. Ich hätte das ganze Ding wahrscheinlich eher als Unentschieden gesehen. Badr Hari hat nach dem Kampf dann gesagt, dass er mehr oder weniger wahrscheinlich seine Karriere beenden wird. Also ich persönlich denke auch, dass es für ihn an der Zeit ist. Ich glaube, hätte er diesen Kampf gewonnen, hätte er vielleicht weitergemacht. Aber ich denke jetzt dieser Rückschlag, dass er diesen Kampf verloren hat, hat ihn dazu motiviert, dazu zu sagen, okay, vielleicht war das jetzt das Ende. Trotzdem eine absolute Legende, was das Kickboxen angeht und wird für immer einer der krassesten Fighter aller Zeiten bleiben. Das war es mit dem Video, Freunde. Aber noch ganz wichtige Informationen. Freunde, wir haben jetzt auch auf Twitch angefangen zu streamen. Dann regelmäßig am Dienstag und am Donnerstag ab 20 Uhr. Also wenn ihr den Sonntags-Stream immer verpasst und trotzdem ein bisschen mit mir quatschen möchtet, kommt bei Twitch rein. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung reinposten. Dienstags und Donnerstags 20 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao.